Jo, Hallöchen Youtube und herzlich Willkommen zu einer weiteren Runde Badwars mit dem Makis. Du waffst, du meinst das? Guten Tag, guten Tag. Guten Tag. Ich muss noch vier Videos machen. Dann kann ich mich ja gar nicht mehr aufregen. Doch, darfst du. Bei mir sind Aufreger erwünscht. Echt? Ja, natürlich. Kann ich ja richtig wingwave. Natürlich. Ich bin gefällt. Nach zwei Blöcken. Ich hatte einfach noch 40 Blöcke oder so dabei und fail nach drei. Finde ich auf jeden Fall echt super. Das sind meine Eagle Skills, musst du wissen. Ach egal. Ich hab meine Mordel. Wir packen schon. Wir packen da schon, okay? Danke, du liebst mir so viele Blöcke. Kein Thema, kein Thema. Nein. Nein. Also wir wirklich nur Erster im Mittel sind. Ich hol mir den Gelben. Hast du Gelb? Ja, wenn der Zweite mich jetzt nicht so richtig random runterschubst. Was natürlich nicht passiert. Nicht passiert. Äh. Bin ich denn behindert? Ich treffe ihn einfach mal viermal nicht. Fuck. Nein. Werdes weg unser Bett. Unser Bett. Ich sterb gerade. Nein. 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 Wo? Ich bagge im Bett. Ich bagge im Bett. Ich bagge im Bett. Dann spawnen wir nicht mehr in dem Bett drin. So. Kein Ding. So bin ich halt. Ich bin immer der Randy der das Bett einbauen muss. Ich habe eine Taktik gegen Bodentypis. Die werden immer. Oh mein Gott. Ich bin dauernd. Ja. Nein. Ich habe den Sprung gefehlt. Nein. 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 Der rote hat Bow. Als ob der rote Bow hat. Ne. Ne. Das war das Anti-Cheat-Plugin. Ich habe einen Schlag mit einem Eisenschwert vom Anti-Cheat-Plugin bekommen. Wird gar nicht. Ne. Irgendwas kann ich mir das nicht vorstellen. Weil gelb ist raus. Ich habe von links den Hit bekommen und der hat nichts mehr hochgeschossen. Ja. Es war der Non-Equipte da. Ne. Den habe ich ja gekillt. Von wem? Der Typ mit Bogen lebt noch, man. Hä? Doch nicht. Ich habe ihn runter? Achso. Achso. Ja. Wo bist du? Ich bin gerade vor Blau. Ja. Unten der Grün ist safe. Gerade Gold. Herzlichen Glückwunsch. Ich habe den grünen voller Köpfen mit Gold. Oh mein Gott. Es haben beide noch. Es haben einfach Gold. Wie viel Gold haben die denn? Haben beide noch. Ich gehe gerade grün auslöschen. Oh ne. Das wird so eine AIDS für mich selbst. Hat der noch was in der Kiste? Auch man. Was ist das denn für ein Spacken? Auch er liebt. Eigentlich muss man den Kill kriegen. Was ist das für ein unsympathischer Kerl? Äh. Jetzt müssen wir ganz schnell mal zu Blau. Weil da Blau jetzt kommt. Könntest du vielleicht das Bett anfangen? Ja warte ich hole mir den Bow. Den, den, den. Ne. Ne. Da ist ja noch ein Bow der Camp genau vor mir. Die sind gut. Wir haben zwei. Ja. Was soll man machen? Digga. Ne. Mann. Ich hätte den Suicide müssen. Ich war vor seiner Schnauze. Hä, ich habe ihn. Ey guck dir das an. Die können einfach nicht mehr. Die können 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 nicht mehr. Das ist so arm man. Und wir haben nicht mehr Eisen. Digga ne. Jetzt ist der Spaß vorbei. Der war schon lange vorbei. Der baut sich jetzt rüber man. Da rennt durch. Ja rennt einfach durch. Aber der passt auf in der Welt von denen ist auch noch gut. Ja. Ist es denn möglich? Wie scheiße kann man sein? Pass auf dass der nicht runter springt. Ey du mal bitte. Ja du musst, du musst da sein. Du darfst Gold safen. Ich darfst Gold safen. Ey. Der spammt auf dich. Der geht zurück. Der geht zurück. Ich komme von hinten. In der Zeit. Wenn der auf dich spammt. Okay nice. Ich bin Mitte. Boah fuck. Ja der andere blaue. Ey das kann es sein. Der ist da. Der ist da der Typ. Packst du ihn? Ja ich hoffe. Ich muss den Suicide. Komm komm komm. Mach hinne. Mach hinne. Doch nicht. Ja ich habe eine neue Herzen. Ich bring mich um. Ich bring mich um. Ich save das Gold bei denen. Bei blau. Bring mich um. Es kann sein dass ich es schaffe. Ja ich bring mich um. Ich bring mich um. Ich habe den Bowtyp wie vor unserer Base. Nice. Sauber. Ja toll. Wo ist der zweite. Wo ist der zweite von denen. Der ist Mitte. Der ist Mitte. Der ist Mitte. Nein. Der hat glaube ich Schwert. Der hat Eisenschwert. Ich glaube der hat Eis. Doch. 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 Der gibt mir immer diese komischen Bow Hits. Mit dem Schwert dahinter. Ich habe neun Gold bei blau. Ich habe neun Gold bei blau. Wie jetzt gelootet? Ne also. Hingepackt. Wir müssen einander hin. Aber der eine. Hä? Bist du doof? Blau ist der an der ist. Nein. Ich meine bei blau Junge. Hä? Der hat Eisenschwert. Ich sag so der hat Eisenschwert. Wo ist der? Mitte unten. Ja easy. 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 Komm du. Ne 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 ne. Komm du. Lenk den ab. Dann kommt der raus. Und dann komme ich mit dem Knockback. Wir müssen auf den anderen aufpassen. Ja wo ist der? Der ist gestorben. Das weiß ich auch nicht. Der ist gestorben man. Alles klar. Ich glaube es ist gerade so ne schwierige Runde gehen solche. Nein. Oh man. Er hat einfach keinen Knockback bekommen in der Situation. Ja ich bin dauernd. Lock MLG nicht geschafft. Er ist. Er hat einfach in der Situation gar keinen Knockback bekommen alter. Der darf jetzt nicht kommen. Der ist schon wieder so richtig Aids. Es wird ne richtige Aids Runde. Ey ja ohne Spur. Wie jetzt einfach jeder diese. Weil. Weil. Aktiv. Aktiv nennt eine Runde danach. Und jeder. Benennt solche Runden sofort nach Aids Runden. Ist wirklich so ey. Oh mein Gott. Enjoy mal 5 Klicks. Soll ich zum Wettrennen? Nein. Ich wollte schon sagen. Da ist der eine noch groß. Ich lock ihn raus. Warte warte. Wo gehst du runter? Wo gehst du runter? Ich renne hier zu Geld. Ich renne hier zu Geld. Wo ist der? Als ob er. Als ob er nicht fliegt. Lol. Ich bin down. Leck. Er wurde zurückgebackt man. Er wurde zurückgebackt. Ich. 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 Ich hab keinen Bock mehr. Ey Junge. Ich hab keinen Bock mehr. Ich hab keinen Bock mehr. Ey Junge. Wie viel Lack. Wie viel Lack. Wie viel Lack. Wie viel Lack. Kann man einfach haben. Das hast du doch selber gesehen man. Er war einfach down. Und packt sich zurück. Ich sag dir wenn das irgendwie gewollt war von dem ne. Lass ihn bannen. Ich hab's Aufnahmen. Erstmal bannen. Ja Junge. Ich hab Aufnahmen. Ich hab letztens schon zwei Stück durch Aufnahmen gebannt. Im Forum. Hab mich nicht. Hab mich hart nicht gejukt. Ey. Der zweite Gump. Full equip. Lay. Oh fuck. Hab dich zu ihm? Hab ihn. Ich geh zu deinem Bett. Ich geh zu deinem Bett. Ey wo ist der andere Typ? Der ist da unten. Ey der ist noch mitte. Der ist mitte. Der hockt unten mitte. Ich sehs. Ich sehs. Ich sehs. Ja man. Dieser Rage. Der war schon legendär. Ja. Soviel darfst du. Man darf in meinen Videos nicht ragen man. Natürlich darf man das. Mein Kanal besteht teilweise only aus Rage. Der eine hat sich darin gefallen. Wo ist der letzte? Ja. Der letzte ist halt. Der kämpft in seiner Base. Wo hat er sich eingebaut? Der hat 9 Gold. Wir haben jetzt insgesamt 18 Gold. Wo ist der Full equip der Bow? Aus der Mitte. Ja das frag ich mich doch auch. Hab ich dich doch grad gefragt. Der ist beim Eisen. Er ist beim Eisen. Er hat Bow. Er ist Base. Er ist Base. Ja das ist der mit Eisenschwert. Nein. Als ob der durchgekommen ist. Als ob der nicht bemerkt hat. Nein. Ich hab 18 Gold. Nein. Nein. Safes. Bitte. Ich lauf jetzt mit der Hand in die Mitte. Lenk die ab. Nein die haben Bow. Pass auf. Die haben noch Bowen ne? Ja ja ich bin da. Digga. Was hast du alles? Was hast du alles? 20 Gold. Mehr nicht. Ja hast du die schon den Quip gekauft oder so? Ja komm. Gib mir das Gold ich Safes. Gib mir das Gold ich Safes. Stay do Base. Ja hier oben. Ich brauch nur Blöcke. Hier. Genau. Drops dahin. Jetzt nicht runter droppen. Danke. Ah. Jetzt wird es runter gedroppt wann. Puh. Ey wenn es unten geht. Ich schwöre wir schwöre so oft dass wir quitten. Ne ist ja wirklich so. Viele schwöre immer dass sie quitten und quitten dann eh nicht. Was soll ich machen sag du. Ich weiß nicht. Hast du Eisen? Hast du Eisen? Ich baue ich baue ich baue zum Eisen. Sie kommen alle mit. Ja ich mach einfach zwei Bögen. Kannst du stayen oder? Einer down. Einer down. Der fulle Quypte mit Eisenstrat kommt mit. Hier. Hier. Einer down. Einer down. Ich habe es wieder eingesammelt so. Pass auf der Typ ist Mitte. Einer down. Einer down. Du hast Level 2 Abbo eigentlich bekommen. Soweit ich weiß. Ja ja habe ich. Er touert sich. E.P. 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 Als ob. Als ob der E.P. Aim hat der Typ. Auf ihn auf ihn. Er hat Stärke. Oh mein Gott nein. Oh mein Gott als ob. E.P. 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 Ist er cockwebt? Ich hatte keine Spitzhacke. Ist er cockwebt? Ja er weiß nicht. Er hat sich aber zugebaut. Der ist ein Geschlechter. Er hat was gefressen. Digga er kommt nicht mal hoch. Wir sind ja hier. Er kommt nicht mal hoch. Ich war unter ihm ab. Ich habe ihn. Gott ist травm. Na gut das war es mit dieser Runde im entOMOT. Ich höch die Abend-Moderation machen! Jetzt hör auf! Mein Gott ey, so lass ein Like da, hast du einen YouTube-Kanal. Ich nicht. Mann, ich dachte schon. Naja, auf jeden Fall lass ich ein Like da. Bis zum nächsten Mal und schön mit Öl.